Der Bau ist also nötig ziemlich kalt, obwohl ich ein Kupfer trage. Nur, habt ihr gar keine alten Füße? Warum zieht ihr denn keine Winterschuhe an? Der Bau ist also nötig ziemlich kalt, weil es nicht so kalt ist, weil es nicht so kalt ist, Untertitelung des ZDF für funk, 2017